Herzlich Willkommen bei der LMT Group in Schwarzenbeck. Mein Name ist Maike Molzern und ich studiere BWL im dualen System. Wir stellen Maschinen und Anlagen für die pharmazeutische Industrie und Präzisionswerkzeuge für die Zerspannungsprozesse her. Wir beschäftigen weltweit über 1900 Mitarbeiter in über 20 Standorten. Hier am Standort in Schwarzenbeck sind es fast 1000 Mitarbeiter. Neben mir steht die FE55, eine Maschine unserer neuen Generation. In Spitzenzeiten schafft sie sogar mehr als 600.000 Tabletten pro Stunde zu pressen. Ihre große Schwester, die FE75, produziert sogar 1,6 Millionen Tabletten die Stunde. Mein Name ist Timo Gerke, ich mache eine Ausbildung als Mikatroniker und ich zeige Ihnen zwei Werkzeuge aus dem Bereich Präzisionswerkzeuge, mit denen wir im Markt führend sind. Das ist ein Welsfresser, mit dem werden Zahnräder für zum Beispiel Getriebe hergestellt. Mit so einem Rollkopf stellt man Gewinde mittels Kaltumformung her. Hallo, ich bin Felix Kriegowski und mache eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Hier in der Lehrwerkstatt erlernen wir die Grundlagen für unseren späteren Beruf. Die Ausbildung hier im Hause der LMT Group in Schwarzenbeck ist sehr vielseitig und macht uns sehr viel Spaß. Seid ihr neugierig geworden? Dann kommt doch einfach vorbei. Wir freuen uns auf euch. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017